Ja, komm. Oh, nur kleine Gegner. Wasserrufe ist gut. Oh nein. Oh, einen 2 von der Sorte. Physisch, der andere hat magisch. Erstmal muss der hier irgendwie verrecken. Ähm, Erholung. Ich mach den schon, sagst du? Nee, irgendwie nicht. Boah, meine Erholungstränke gehen drauf. Bitte mach da nicht. Der geht drauf. Aber ich auch. Nein, der hat doch... Der lernt es nicht hier oben. Ich kann nicht ewig so verheilen. Ähm... Man muss Weisman nämlich dann ran. Na, Alter. Ähm, hier im Agie Sinne. Du überlebst das schon. Du musst da auch irgendwie jetzt mit Magie ran. Wasser, Erde. Er braucht Donner. Er braucht 30. Oh, komm schon. Oh, Gott sei Dank. Das ist nervig. Auch wenn er jetzt so oder so verreckt wäre, aber... Oh, noch so ein Stab. Der Tropfen. Ah, genau. Das geht darauf. So, dass es überhaupt nicht möglich ist... Äh, nötig ist. Ähm, so. Boah, du auch noch. Ihr macht mich arm. Ihr macht mich verdammt noch mal, ähm... Bitte sei klein. Bitte sei klein. Alter, wehe. Ihr seid groß. Ah, das sieht aber nicht so mega groß. Alter. Ich will mich total verarschen. Ey, ich mach da jetzt mal nichts. Ich lass es jetzt Weisman machen. Endlich bin ich der Heiler und Wiederbeleber. Äh. Brauche ich den? Scheiße, war eigentlich Schuss gebrochen. Was hat schon? Was hat schon? Okay. Nein, nein, nein. Überlebt das. Ah. Boah, ey. Das wird jetzt schon heftig hier drin. Das wird ganz schön heftig hier drin. Oh, das hat 400 SP. Respekt. Angekehrt. Ich weiß, dass mir abgelaufen ist. Aber ich gehe nur nach mir. Und wir sind abgelaufen. Ah, hier heißt das Ende auch. Jute Dinge eigentlich. Moment mal. Ist ja gut nicht geil für mich. Ah, nee. Jetzt habe ich schon getestet, ja. Ah, nee. Das ist scheiße. Nö, nö, nö. Wir laufen doch näher. Das einfach mal ein paar Mal verreckt. Ah, einfach alles drauf da. Ah, komm. Das geht in den Zug. Darf ich machen? Nein. Dann kann er weiter drauf halten. Oh, wie soll das für Wiseman? Muss ich immer wieder die Befehle geben. Mann. Wie eine Scheiße. Äh. Also, dass er jetzt hier verrührt ist. Das ist richtig lang. Nee, da ist noch so ein... Ach, so ein Assen. Nee, warte. Den kann ich nicht mehr sehen. Äh. Den konnte ich nicht mehr sehen. Oh, gut. Ah ja, ich war anscheinend auch schon auf 99. Wolf Schopf und Künstler-Axt. Gibt sich alles betest nicht schlecht an. Wolf Schopf und Künstler-Axt. Sie hat mich an die 0. 1, 8, 1, 5... Äh, 1, 7, 1, 15. 1, 7, 1, 15. Uff. Total. Will ich haben. 1, 7, 1, 15, ne? Moment. Äh, Ausrüstung. Neh, mich. Einfach so. Äh. Wäre natürlich geil, wenn das mit dem Magersehen auch klappen würde. Wenn ich den jetzt geben würde, dass sie auch damit heilen. Ich glaube, so viel Intelligenz haben die noch auch wieder nicht. Also viel IQ. Das wäre nämlich schon wieder viel zu viel verlangt. Für das Spiel. Ah, die IQ geht eigentlich. Ja, die kann wenigstens Befehle entgegennehmen. Was kann die jetzt für Skills? Mmh, Wasser, Erde. Toll. Ich hätte, glaube ich, kaum, weil... Oh, jetzt hat der... Oh! Ja, das hat der... Unglaublich massig, was die braucht. Alter. Das war gut. Ich muss wieder heilen. Ich muss echt wieder ein All-Rap, ey. Oh, ja. Oh, ja. Sowas kann immer kommen. Bei sowas freut mich, ja. Ein kleines Präsent. Nehme ich doch gerne entgegen. Oh, ja. Erholungstränke. Okay, in den Räumen bin ich jetzt auch gerne. Oh, diese geilen Tränke, diese Helixiere, die will ich hier in meinen Dungeons finden. Oh, ja. Oh, Gegengift. Joa, Gegengift. Wenn das halt nicht reicht mit den Tränken, dann nehme ich auch noch Wundtränke mit der... Ne. Was gab's hier vor? Vorstufe davor? Äh, weiß ich auch nicht mehr. Wundtränke? Heidtränke, ja. Ja, Heidtrank war das. Dann nehme ich auch noch 99 Heidtränke mit. Dass wir uns wenigstens noch ein bisschen heilen können. Es kann nicht sein, dass wir noch 99 Erholungstränken leer sind. Da reichen die Raps und wir sind ja auch nicht mehr groß. Außerdem ist echt ein kleiner. Na ja, mittlerer, mittel bis klein. Ist eigentlich vollkommen akzeptabel. Jetzt ist er gelaufen. Warte, den Krog mach ich noch kaputt? Glas. Das hat auch schon Müll. Oh, 400 SP? Ey. Man, Jux leben geht euch auch nicht klar. Ich glaube, der ist auch ein Paolo wie höre jetzt ich. Aber an sich auch seine Klasse hat, um ein Leben. Jetzt komm mal rein. Genau, das wollte ich. Nein, nein, nein. Oh, da war übelst ja vieler. Geh doch nicht auf den. Hm, warte mal. Ich muss den da wegkriegen. Ja, sonst würden wir im Arsch. Erstmal würde ich den, glaube ich, high hin. Ja, dann mach ich das hier. Dann gehen wir nämlich instant auf den hier. Und machen einen Skillentzug bei denen. Oh, da hat er einen Datenentzug, meine ich. Oh, der ist tot. Ich glaube, der stirbt. Er ist gestorben, stimmt's? Das hoffe ich jetzt nicht. Jetzt macht er wieder Skills. Das ist ein kleiner. Ah, nee, das ist... Macht die einfach nur tot. Einfach nur tot machen. Nein, kann ich hier machen. Und mit Gefahr, was soll denn das? Oh, der stirbt schon wieder. Äh... Ja, der ist tot. Kann ich noch machen? Nö. Da mach ich halt hier wesentlich. Aster Tornado. Alle werden level up. Alle freuen sich. Finde ich hier was cool. Ich hab's ne. Ah... Nö. Nö. Nö hat natürlich dann wieder keinen Tempospruch, aber das kümmert der... ...hier Keden irgendwie. Das geht's auf... Besonders auf den da. Greif den hier an, ey. Nee, nee. So geht das aber nicht. Weil er soll mich nicht lieben, er ist nicht gay. Okay. So. Mann! Ey, Kameraperspektive. Man sollte die auch endlich immer, äh, optional ganz hinten haben. Sodass man auch wirklich alle Gegner fasst, aber irgendwie mache ich das nicht. Das hat irgendwie mal auf Standardsteuerung. Oh, ein K. Da kommt eh nicht mehr an. Oh, du triffst mich aber nicht. Das war das erste Mal, dass, äh, die Schild gebrochen hat. Bei der muss ich vorsichtig sein. Das ist eben so ein bisschen Löwin jetzt an die Uni verkehrt, finde ich. Wenn wir danach noch woanders reingehen müssen, dann noch mehr ein bisschen Löwin. Äh, es wird definitiv noch so welche Gebiete noch mehr geben. Äh, noch mehr so welche Gebiete. Also was das verkauft? Aber ein B1. Mal gucken. Wo ich denn lang? Wahrscheinlich unten. Aber ich gehe rechts lang von der Karte aus. Obwohl... Geht es da weiter? Ah, das sieht man immer nicht. Ich gehe mal da weiter. Boah, ist denn noch mal ein langer Gang? Ach, du bist jetzt schon wieder. Guten Abend. Guten Abend. Na komm, stecht mich. Ey, ich liebe seines Skills. Oh, wer noch nicht will. 350. Und lebe ab. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das macht es doch wieder raus. Äh, das ich nicht gespeichert habe. Anscheinend. Also, es braucht aber die jetzt. Ich glaube, durch normale Angriffen kann man wirklich beeinflussen, oder? Dass man da einen Einzug hat. Oder nicht? Also, mehr. Sag ich mal. Oh, nö. Der hat anscheinend irgendwie keinen... Ja. Ihr wisst schon, warte. Ich meine. Oh, ja. Ich bin nicht oft. Oh. Das war der richtige Weg. Das will ich ja nicht sehen. Okay. Ich kenne auch alle Tone an. Ich mag es singen. Darum habe ich auch die... ...windliche Prüfung... ...in Musik gemacht. Oh, ja. Ah. Wunder, klasse. Na, klasse. Noch einer. Können wir das machen? Nö. Also, mach ich. Geisteswasser. Also, bei mir wird mitunter. Musik. Ah, das tut weh. Ah. Da habe ich immer Angst. Dass er mich angreift. Ich habe keinen Bock, dass der mich tötet. Ich habe keinen Bock, dass er mich angreift. Ah. Ja, Geisteswasser ist noch nicht schlecht, wenn du das kriegst, aber... Ich glaube, ein bisschen Tränke ist schon ein bisschen hilfreich. Einer ist jetzt tot. Ich habe keinen Bock, dass er mich angreift. Kann ich machen? Ja, natürlich. Geben wir jetzt sofort ein Jot. Sofort. Irgendwie Ausnahmen oder so. Rahmenschutz. Okay, Rahmenschutz. Oh ja. Oh ja. Oh mein Gott. Und der Wolfsschopf ist nicht gut für den. Der kann ihn eh nicht tragen. Also, jetzt im Sinne von bla bla. Aber ich kann jetzt anscheinend alle heilen. Mit... Alles halt. 60. Ich kann sogar wiederbeleben. Das ist geil. Das ist wirklich gut. Also, der Run gefällt mir gerade. Oh, da ist noch eine Kiste. Ah, Permafrost. Braucht kein Schwein. Bin ja spannend, ob man auch so einfach mal einen Vierer-Zauber findet. Oder ob noch ein Server kommt, wo man die kaufen kann. Ich glaube, das war aber jetzt der letzte. Der kommt. Und... Also, Netzklamm war, glaube ich, der letzte Server, wo man jetzt drauf ist. Ich kann mich natürlich auch irren. Und es gibt einen mega... Porno... Einen Server, wo es auch die geilen Gegenstände gibt, alle. Die voll erschienen... Äh, erschienen. Das ist alles hier no problem. Hey, wir sind ja die... Besten. Nee, es kann ja nicht sein, dass es noch einen besseren Server gibt, weil... Hier kann man jetzt schon Heilexiere kaufen. Das ist ja das Hütste, was man, glaube ich, kaufen kann. Und daher denke ich nicht, dass es noch einen geben wird. Weil wir werden uns ein bisschen too much. Oh, Sehstern. Andere Gegner einfach mal so. Oh, Headbang. Oh. Macht nichts. Da habe ich gerade gedacht, das tut weh. Ah, Schütze, brauchen wir das jetzt ein großer. Wo wir es nicht machen können, ist... So was... Es muss... Oh, eine Künstlersehne. Das muss auch mal ein Jot geben hier. Warum macht der nicht nur still? Warte, ich will zu lange. Ist ja so eine Verschwendung für den jetzt, wenn er es macht. Das ist ja so eine Künstlersehne. Wow. Dieser kleine Zippel. Dann zeig mir mal den Weg. Zeig mir den Weg. Aha. Endlich könnte ich ja abbiegen. Eigentlich. Aber da ich ja so ein komischer Typie bin, der mal alles bestürt muss... Oh, der ist nämlich das kleine. Kein Wunder. Alles, was nur geht. Alles, was nur geht. Ich glaube, ich mache das echt mal wieder runter. Gandalf. Ey, diesmal sind da meine Frames, die runtergehen durch den Skates. Warte, kein Skill entzug. Oh, hier sollte man mal aufpassen. Äh, erst mal gucken. Nö, er wird weg. Oh, und jetzt sehen wir. Eigentlich sind die schwach. So. Oh, wo war denn das jetzt? Ah, die. Asche. Nö, er wird weg. Nö, er wird weg. Kann auch sein, dass es nur noch eine Etage gibt. Geht recht schnell. Bum, bum. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt unendlich Zeit hätte eigentlich. Einglisch, Einglisch. Ich habe doch eigentlich, äh, eigentlich mal wieder, Feuer. Aber irgendwie doch nicht. Noch viel zu viele Skills. Jetzt sollen sie keine machen eigentlich. Ja, jetzt kommt der Skill entzug. Ja, oder auch nicht. Okay. Ach, doch, hat doch nichts gemacht. Und der rum, der noch. Mit einem Seestern, oder nicht? Gib mir was, du fucking Wicht. Hm. Was geht's? Magie? Magie. Gandalf. Gib mir das Beste von dem Gandalf, was du hast. Das ist kein kleiner. Vielleicht kommen die ja noch. Das erste Mal, dass ich nicht gleich sofort was finde, ey. Oh, nicht ich. Ach, da mal. Magie. Nicht auf den. Ah, du bist so. Oh, das hat nur ein Damage gemacht. Aber der hat eigentlich keine Zeitung gehabt. Kann ich schlecht was machen. Ich würde doch mal sagen. Das ist natürlich das Stern. Ja, gut. Mach du mal Erste Hilfe. Du machst Erste Hilfe. Nein, Gott. Mein Gott. Ich glaube, okay, Macht hier ist unglaublich geil. Da, da, da. Eisbein-Panzer. Mal gucken, ob ich die überhaupt anziehen kann. Nope, kann ich nicht. Wer kann ihn denn alles nicht anziehen? Ich hab hier so viel. Ich dachte, ich hab ja eine Schlungarm. Hab ich bei... Oh, gut. Das passt. Ich will mal nicht diese komischen Bugs haben. Mit dem scheiß Sound. Müsst ihr mir mal sagen, was ist euch eigentlich lieber? Es läuft in einer perfekten Framerate. Sag ich mal, fast perfekt. Aber halt in den Sequenzen, die ich eigentlich geil finde, kommen, äh, immer halt diese Aussetzerfehler von den Tonen. den ich nicht so geil finde. Einfach so ein... Hier läuft halt einfach so ein Slow-Mo. Müsst ihr mir halt mal sagen. Wenn nicht, dann entscheide ich halt selbst. Und dann zum Ding. Achso. Weiß mich nicht. Nee, das riskier ich nicht. Ein Heidrank mal bekommen. Nee. Ich werde mich verrecken, wenn ich mich nicht... Ah, das tut nicht weh. Ah, Jens, ruhig. Oh, Donner geschafft. Boah, den kann ich sogar machen. Von den dicken Töten. Boah, ich habe gerade gedacht. Aber nein. Irgendwie will mich das Spiel heute nicht bekommen. Oh, Heidrank ist hier. Oh, geil. Und noch eins. Das ist es ja. Das ist es doch. Sind die oben oder unten? Die sind mich da ganz oben. Boah, wie Hammer ist denn das? Das finde ich jetzt wirklich auch nicht mehr so scheiße. Warte, das gebe ich dir einfach mal das hier. Mach weiter so. Oh nein. Zu viele Absweigungen. Viel zu viele Absweigungen. Aber mit Ende. Das ist gut. Das ist der letzte Raum. Äh, letzte Etage. Boah, Weißman ist so stark. Macht mich ganz schön happy. Der Tritt macht mich auch happy. Oh, Michael Jackson, sagst du? Ähm. Auf zur Götterstatue? Oder noch ein bisschen weiter? Ich glaube, ich gehe mal zur Götterstatue, weil die Gegenstände drin meistens immer so gut sind. Naja, was ich jetzt aber nicht denke. Aber, gucken schadet ja nicht. Was hast du denn hier? Engelhelm. Okay. Rollen hier. Da habe ich den Mond. Engelhabau, Elfenbeinspange. Da braucht kein Schwein. Rubinenbrosche. Braucht kein Schwein. Aber der Engelhelm. Erstmal gespannt gucken. Kann ich nicht nehmen. Schade. Schade, schade. Hoffentlich steht da nur Wavemaster. Nee. Nee, Engelhelm. Auch keine Longarms. Oh, das übt gut eigentlich von den Werten her. Aber nee, das Spiel verbietet es uns. Und es ist abgelaufen. Das ist eine Heilung hier. Nee. Abdu. Äh. Äh. Ah, hier. Abdu. Abdu. Sau. Und dann Abdu-Sau. Abdu. Wir können ja jetzt ja ausmalen, wie lange das Spiel vielleicht noch dauern wird. Wir haben ja gerade mal fünf Phasen, glaube ich, die schafft. Es gibt ja acht. Fünf Phasen haben sich über drei Spiele verteilt. Da wird das denn Spaß. Ne, ich glaube, die kommen ja recht schneller eigentlich. Dass man sich aber auch nicht wirklich vorbereiten kann. Ich glaube, größtenteils ist auch immer Black Rose dabei sein muss. Außer einmal, glaube ich. Ohne Mist, welches Level bin ich? Alter, ich bin Leute der 80, wie ich hier rauskomme. Eigentlich nehme ich versprochen. Da ist jetzt Wasser. Oh, das ist doch gelingt. Hier habe ich einfach hier meinen Skates ruf. Und nicht den Scheiß, der nicht wirklich sieht. Oh, ja, das ist hier stärker. Da wegt er manchmal hier mit so'n Schluck auf, ey. Krankheit oder wat? Zu viel Sprechen, zu viel Schluck oder wat? Oder wat, oder wat? So, muss ich mich abgewöhnen. Diese tausendmal wiederholen. Den ganzen. Oder auch nicht. Da kommen wir definitiv raus mit LW80. Nur zwei Gegner. Ja, drei. Ja, auf jeden Fall. Wie viel habe ich schon? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich auch so'n Dicker dabei ist, dann ja auch. Nicht der. Also schade. Also schade, dass ich hier keine Kleinen gehabt habe, leider. Leider, leider. Und... Ist immer noch Gefahr. Die sind auch viel zu stark. Merkt man doch. Ich geh mal sehr viel Wasser rufen. Und wie er es schon wieder nicht mitbekommen hat, dass wir uns heilen. Und er alles wieder machen muss. Komm. Oh, komm. Oh, ja. Da muss ja ein anderer auch noch sein. Und dann ist das Spiel heute perfekt zu mir. Und wie viele Waffen ich auch wieder hab. Aber ich kann perfekten... Äh, perfekten... Äh, perfekt wieder verkaufen. Oh, ja. Übelst easy. Leider nicht gekommen, wirklich. Yeah. Au, au. Das war so stark. Oh, mein Gott. Mit einem Limbentreffer? Wir werden auch gar nicht Daten entziehen. Oder auch nicht. Oh. Oh, Mann. Doch nicht mehr, der will 80 rausgekommen. Leider, leider. Das ist doch schön gewesen. So, dann werden wir natürlich... Rausgehen. Ich werde meine nie verwenden. Die kaufen sich ganz schön dir immer, ja. Oh, komm. Oh, nee, Tor zurück. Ich verpüß mich.